Das ist tiltend. Das ist jetzt sehr groß. Das ist eine Benjamin-Blümchen-Käste. Da steht Tereux drauf vorne. Mein Kindheits-Crush war Otto von Benjamin-Blümchen. Geil. Wait, der ist minderjährig oder was? Aber du hast auch minderjähriger Kinder. Nee, ich schau Benjamin-Blümchen immer mit 22. Wow, 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 wow. Wir haben gestern den Podcast über Benjamin-Blümchen zum Einschlafen geredet. Benjamin-Blümchen ist cool. Konntag 18 Uhr. Benjamin-Blümchen ist auch cool mit 22 Uhr da drüber. Shout-out Benjamin, falls du gerade zuguckst, Digga. Du bist der beste. Benjamin, du bist eine geile Rüssel-Sau. Hat der nicht dieselbe Schwimme wie Mr. Krabs? Äh, ja. Benjamin! Da gab es diese eine legendäre SpongeBob-Folge, die du wahrscheinlich nicht gesehen hast, weil du gerade auf Kika warst. Vermutlich. Benjamin-Blümchen. Wo Mr. Krabs von dem fliegenden Holländer so mäßig heimgesucht ist.